Liebe Besucher der FDP-Homepage, Sie befinden sich hier im Bereich der Abrüstung. Und Abrüstung ist für die FDP-Bundestagsfraktion ein ganz besonders wichtiges Thema, weil hier die FDP in der Tradition unserer Außenminister Scheel, Genscher und Kinkel steht. Wir haben im Deutschen Bundestag sehr viele Initiativen dazu gestartet. Sie können sich hier in diesem Bereich darüber informieren, was die Kolleginnen und Kollegen und auch ich als abrüstungspolitische Sprecherin hier gemacht haben. Und wenn Sie weitere Fragen zu diesen wichtigen Themen haben, wenn Sie auch der Meinung sind, dass wir eine Welt mit weniger Waffen und ohne Atomwaffen brauchen, dann wenden Sie sich bitte gerne an uns. Wir helfen Ihnen, weitere Informationen zu finden und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse.